ist da wo sie ist dabei hat es geschafft jetzt ist alles so anders ich mag es einen hund zu haben sie ist ein bravo und sie macht sich über mich lustig wünschte hunde könnten sprechen der zweite fisch kein fisch klauen lege den sperr weg entweder hat es klemm jetzt irgendwie doch überlebt er hat klemm eiskalt umgebracht mit der axt ja eins von den beiden da es keinen zeitsprung gibt gab großen zeitsprung ist ja immer noch im selben alter ist es auch nicht so was wie man bei der hauptserie gemacht hat da hat man ja dann auch einen großen zeitsprung gehabt dann war judith dann und etwas größer hier kommt der sperr hin Mütze und klemm nein gut gemacht nach der oz demz kappe Das ist Ten. Wer war er, war er oder Violet, finde ich, dass die anderen ihnen sein Trauma hat, ihn verwirrt. Immer auf den Kopf. Ich finde es cool, irgendwie, dass man es jetzt mit LJ anders aussehen kann. Wenn er ihn lässt, mit den Sprachoptionen, ich verjage ihn, ich muss ihn töten. Äh. Ich sehe schon wieder am Ende die Entscheidungen, ey, die ich zumindest hätte gehört. Ich sehe auch. Wir gehen nach Hause. Wir gehen nach Hause. Wir gehen nach Hause. Das ist jetzt ein ganz kleiner Abschnitt, um zu zeigen, dass AJ weiter macht, wie bisher. Du alleine. Wir gehen nach Hause. Wir gehen nach Hause. Es ist da, mein Lieber, wo wir wieder beginnen. Woobie Und sie haben wieder alles neu aufgebaut. Sie bauen jetzt auch außen. Was steht da? Und ihn hat mal dahin gelegt, den Abel, Bezwarnung, okay. Willi. Oben ist Violet. Hallo, AJ. Wisst ihr, was jetzt wirklich schön wäre? Wenn wir reingehen und dann sehen wir doch Clementine um die Ecke gelaufen. Das wäre schön. Das wäre ein schöner Abschluss. Jetzt wahrscheinlich schließe ich nur die Tür und es ist zu Ende. Ja. 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 Wir haben noch nicht geändert. Also irgendwas da drüber geklebt. Hoch Violet. Ja. 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 Das ist so schön. Du darfst, die beiden. Sag du sie. Sag sie jetzt. Ist das schön. Die Clem lebt. Komm mit mir. Ich will dir etwas zeigen. Haltale hat uns einen Streich gespielt. Was heißt ein Streich? Es wäre schon ein bisschen makaber gewesen, wenn AJ mit der Max-Clemm kaputt gehauen hätte. Wie in der ersten Episode. Komm schon. Lass mich dich empfehlen. Ich konnte sie jemals schaukeln. Ich hatte noch nie so viel Spaß. Ist keine Monsterfalle? Das war seine erste Reaktion in der ersten Episode. Das war die beste, Clem. Hm. Es wird kalt werden. Komm schon, lass uns essen. Wir kommen. Die verlor einen Arm. Clem. Ein Bein. Denn es sie bekam. Ein Grabstein. Clem und AJ haben ein Zuhause gefunden. Und sie können endlich wieder lachen. Und sie können endlich wieder lachen. Auch wenn er keine Zunge hat. Und Rui fand die. Fand es von AJ sehr unangenehm, dass er keine Manieren hatte. Und jetzt kann sie es auch machen. Was ist gut? Ja, und Clem hat gelernt, dass sie auch AJ loslassen musste. Muss. Lewis. What's it say? Don't worry about it. Idiot. Okay. Ein Liebesbrief. Das ist für ein Gefühl sein muss, dass man nie mal reden kann. Und mit Zunge geht das ja nicht. Ja, das ist der Ort. Ein Sim sagt, er hat 10, 15 von ihnen gesehen. Ein bisschen Körle. Ich höre. $! Ein baston. Du bist der. Wer weißt. Wer wir wissen? Ch 내가 sie wissen. Was. 品 führe. Wer wer? Ein Schuss. Wie eine Schüsse. Wer gewinnen. Wer wir sind. Wer? Ich bin der. Wer sind. Ich bin der. Ich bin der. Ich bin der. Wir gehen zusammen. Die Worte auf der Straße ist, du bist ein guter Rennig-Buddy. Das Beste. Pilot weiß, was ich tue. Ich dachte, sie wäre sauer auf mich wegen Ten. Warum meiden wir sie nicht einfach? Äh, bist du noch schade, dass ich Ten töte? Die Sache, die du auf der Brücke sagst, dass er sich immer verletzt hat. Es war nicht etwas Neues, du weißt. Ich weiß. Ten hat sich selbst oder andere Menschen in die Probleme, lange bevor ihr hier seid. Er war immer so verletzt. Er lebte in einem Welt, der einfach nicht da ist. Und deswegen habe ich versucht, ihn nachzudenken. Aber wenn ich ihn entfernt, von den Walken, und Mini, konnte ich auch sehen, dass er nicht mehr da ist. Also, du bist schade, aber schade. Kann ich so sein? Ja, es ist okay. 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 Ich werde dir einen neuen Fuß machen. Oh ja? Es muss ein Fuß machen sein. Ich werde dir einen Fuß machen. Es ist okay. Ich werde dir einen neuen Fuß machen. Oh ja? Es muss irgendwo ein Fuß machen. Ich werde Willy fragen. Okay. Hey. Find me the foot book. All this. Es ist wert. Gill. All these times, you would ask me, if we'd find a home. All I could ever tell you was, we'll see. And your face would fall every single time. It's better than saying yes and lying to me. That's what I told myself. But you wanna know something I didn't tell you? Ich habe nie einen Plan, ich habe nie gehört, ich habe nie gehört, ich habe nie gehört. Ich habe nie gehört, ich habe nur, ich habe nur, ich habe nur, ich hoffe, dass du nicht erinnerst. Ich hoffe, dass wir etwas finden, bevor du das gemacht hast. Ich habe einen guten Job gemacht? Nimm das natürlich. Dein Teil wird sich daran erinnern. Ein bisschen. Ein viel mehr als ein bisschen. Als wir in der Barne waren, hast du mir nicht gehört. Und wenn du, ich wäre tot. Ich wäre tot. Ich war richtig, dass du dich in der Kabe vertraust. Dass du die schwersten Begriffe, selbst wenn ich nicht konnte. Du musst dich stärker sein für uns beide. Du hast es gemacht, damit ich kann. Du hast es gemacht, damit ich kann. Also danke dir. Für alles. Du bist willkommen. Für alles. nuestras vielleichts. Zu moment. Du bist in's. Du bist in's. Wir sind.